Hallo, Marc. Wie sollen wir das Wohnzimmer möblieren? Hallo, Marc. Wie sollen wir das Wohnzimmer möblieren? Hallo, Anna. Ich denke, wir sollten das Sofa in die Mitte stellen. Ja, das klingt gut. Und den Fernseher könnten wir an die Wand hängen. Ja, das klingt gut. Und den Fernseher könnten wir an die Wand hängen. Ein Regal neben dem Fernseher wäre praktisch für DVD und Bücher. Ein Regal neben dem Fernseher wäre praktisch für DVD und Bücher. Stimmt. Und den Couchtisch könnten wir vor das Sofa stellen. Verne. Und den Journalistolik können wir vor dem Divan stellen. Stimmt. Und den Couchtisch könnten wir vor das Sofa stellen. Dann könnten wir den Teppich unter den Couchtisch legen. Zatem my mogem положить Kavör pod jurnalny Stolik. Dann könnten wir den Teppich unter den Couchtisch legen. Ja, das schafft eine gemütliche Atmosphäre. Ja, das schafft eine gemütliche Atmosphäre. Für die Bilder an den Wänden könnten wir eine Galeriewand gestalten. Für die Bilder an den Wänden könnten wir eine Galeriewand gestalten. Das klingt kreativ. So können wir unsere Lieblingsbilder zeigen. Das klingt kreativ. So können wir unsere Lieblingsbilder zeigen. Genau. Und vielleicht könnten wir noch ein paar Pflanzen ins Zimmer stellen. Das wäre eine schöne Ergänzung. Ich denke, wir haben eine tolle Wohnzimmergestaltung geplant. Ich denke, wir haben eine tolle Wohnzimmergestaltung geplant. Da bin ich ganz deiner Meinung. Ich freue mich schon darauf, es umzusetzen. Es wird bestimmt super aussehen. Ja, lass uns einen Tag am Wochenende dafür reservieren. Ja, lass uns einen Tag am Wochenende dafür reservieren. Perfekt. Dann sind wir schon bald in einem gemütlichen und stillvollen Wohnzimmer. Perfekt. Dann sind wir schon bald in einem gemütlichen und stillvollen Wohnzimmer. Ich freue mich auf unser neues Wohnzimmer. Ich mich auch, Anna. Es wird toll werden. Bis bald, Anna. Bis bald, Anna. Auf eine schöne Wohnzimmergestaltung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. 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 Tschüss.